Guten Morgen an alle Freundinnen des bohnigen Wachmachers da draußen, egal ob ihr uns gerade über den Smart TV, die Alexa, auf eurem Samsung Galaxy oder mit dem guten alten Kassettenadapter im Opel Fiesta hört, euer rustikaler Podcast mit Handschlagqualität ist zurück, denn es ist Donnerstag und wir sind ready, nicht zu entzaubern, sondern euch zu bezaubern und das mache ich nicht allein, denn hier ist mein wunderbarer Podcast-Buddy Moritz Hürtgen, guten Morgen. Gummo, Dachs und Handschlag auf diese schöne Begrüßung, wie geht's so? Gut geht's mir, der erste Bono ist drin und mit Bono meine ich nicht den Sänger der Band U2, die heute vielleicht nochmal, wenn wir unseren Film besprechen, Thema sein wird, sondern natürlich meinen bohnigen Wachmacher, heute aus der French Press selber gedrückt und selber gezogen. Ui, trinkst du ihn dann einfach schwarz? Ne, da kommt dann immer noch ein kleiner Schuss Hafermilch auch direkt aus der Hafermilch-Dose rein und dann wird genossen und manchmal gibt's auch einen zweiten dann noch und dann geht's so richtig los. Dann kann alles kommen. Ja, bei mir ist es eigentlich zurzeit wenig Abwechslung, aber halt Verlässlichkeit immer aus dieser, wir haben diese, hab ich das schon mal, jetzt mal eine Frage an dich, hab ich schon mal von meiner DeLonghi-Kaffeemaschine erzählt oder war das in einer unserer mysteriösen Pilot- und Testfolgen, die nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen haben. Zweiteres, zweiteres. Ich hab's schon wieder vergessen, so lang ist es nämlich her. Da ist nämlich sowas Lustiges. Und meine, also ich hab die günstigste Kaffee-Vollautomaten-Maschine, die es halt so gibt bei der großen Kaufplattform mit A und die hat ungefähr 10.000 Bewertungen. Und eine ist extrem lustig und von der erzähle ich, glaube ich, das nächste Mal oder so. Erinnere mich bei Gelegenheit nochmal dran. Heute mag ich nicht davon erzählen, denn wir haben ja eine pickepackevolle Sendung, wie man so schön sagt. Ganz genau. Aber bevor wir loslegen, hab ich nochmal eine Überraschung für dich, eine Überraschungsfrage. Ui. Die ist mir nämlich gestern untergekommen auf unserer Lieblingsplattform Blue Sky, der User Johnny Raccoon, auch ein Freund dieser Sendung, der hat sie gestellt. Der hat uns nicht unbedingt verlinkt oder den Bova-Hashtag benutzt, aber ich fühlte mich trotzdem angesprochen. Und wenn ich den Skeet jetzt vorlese, seine Nachricht, dann wirst du auch verstehen, warum ich zitiere. Männer müssen genetisch bedingt immer liebe Grüße an der Stelle sagen, wenn sie in ihrem Podcast über einen anderen Mann reden. Und ich fühlte mich ertappt. Und wie stehst du zu dieser Analyse von Johnny Raccoon? Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße an der Stelle. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist eine wirklich wunderbare Beobachtung. Und ich glaube, jeder, der schon mal in einem Podcast-Mikro gesprochen hat, wie wir, fühlt sich jetzt ertappt. Und das würde ich einfach so stehen lassen. Ich finde, eine so feine Beobachtung sollte man in keiner Weise relativieren. Es ist eine hervorragende Beobachtung. Vielen Dank dafür. Genau. Und auch danke an unseren Hörer Nima. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der ist nämlich, ich glaube, er ist sehr bewandert im Fach Jus, wie man auch sagt. In der Juristerei. In der Juristerei. Weil wir hatten noch letztes Mal, oder vor allem du hattest dich gefragt, dürfen wir Marco Buschmanns Musik von Soundcloud einfach in unsere Sendung einspielen? Zumindest kurze Clips davon. Und er hat uns beruhigt. Es fühlt sich illegal an, das abzuspielen. Genau. Things are illegal, aber feel illegal. Genau. Und er hat uns erklärt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Einmal ein knappes Zitat. Und wenn wir darüber reden, dann ist es schon gerechtfertigt. Und wir sind ja ein journalistisches Morgenmagazin. Und zweitens auch, wenn man es quasi künstlerisch karikiert und übertreibt. Und dann braucht man Zeit dafür. Was nicht erlaubt wäre, ist, wenn wir jetzt für unseren Bovar quasi die ersten fünf Minuten ein smoothes MB-Sounds, Marco Buschmann-Sounds Klangbett drunterlegen würden, weil wir es einfach so geil finden. Das würde ich gerne machen. Das wäre auch zu einfach, um durchzustarten. Einfach MB-Sounds fünf Minuten am Anfang laufen lassen. Ja, stimmt. Da hätte man direkt eine Million Hörer. Genau. Genau. Und so sind wir also beruhigt. Wir wissen dank Nima jetzt, wie wir hier Clips spielen können. Ich bin auch froh, dass wir jetzt nicht die ersten 22 Folgen offline nehmen müssen, weil wir das jetzt mal so gemacht haben. Also sauber gearbeitet, ohne es zu wissen. Und deswegen dürfen wir auch heute klippen. Und heute ist auch endlich die Folge, wo wir zusammen den Film besprechen, den ich letztes Mal hier ins Spiel gebracht habe, aus der ARD und ZDF Mediathek, dem Haus mit zwei Eingängen. Ihr letzter Wille kann mich mal in den Hauptrollen Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht. Ein, ich würde sagen, ein Rom-Com-Road-Movie, ein hervorragender. Und jetzt als allererstes mal die Frage, Dax, hast du ihn inzwischen gesehen? Ja, ich habe deine Hausaufgabe aus der letzten Folge ernst genommen. Ich habe mich hingesetzt, das Haus mit zwei Eingängen besucht und mir das Movie komplett reingezogen. Allerdings in zwei Teilen. Ich habe es nicht ganz in einem Rutsch geschafft, aber das macht ja gar nichts, denn das Streamen macht es möglich. Vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt in die Diskussion gehen, kurz in zwei, drei Sätzen erklären, worum es in diesem Film geht. Das kann ich machen. Ich habe mir einfach das geklaut, was auch in der Mediathek steht. Es gibt einen Staatsanwalt, der heißt Heinrich Gruber. Und es gibt einen Reisejournalisten, der heißt Tom Gruber. Und die beiden haben nichts gemeinsam, das weiß man ja schon. Der Staatsanwalt ist sehr streng, der wird von Heiner Lauterbach gespielt, der Reisejournalist geht eher so in die Richtung Hippie. Das ist Uwe Ochsenknecht. Und die beiden Männer haben beide eine Frau, die jüngst bei einem Autounfall verstorben ist. Jedoch stellt sich direkt bei der Testamentseröffnung heraus, sie waren beide mit der gleichen Frau gleichzeitig verheiratet, ohne es zu wissen. Also ohne voneinander zu wissen. So. Und nun eröffnet diese Frau in ihrem Testament, dass sie sich wünscht, auf einer fiktiven Nordseeinsel, also im Film ist sie echt, aber von außen gesehen ist sie fiktiv, die Asche verstreut. Also, dass ihre Asche dort verstreut wird auf der Insel Neuhever. Das ist das Setting dieses Films. Genau. Und wir haben da auch einen Clip, glaube ich, da hast du, glaube ich, rausgesucht. Eine Szene direkt beim Notar, soll ich die mal einspielen? Einfach so, damit wir mal ein bisschen reinkommen, auch in die Stimmwelt und so. Ich spiele mal ab. Sind Sie Herr Gruber? Was soll das? Ja? Ich bin Herr Gruber. Ich bin Herr Gruber. Das wird jetzt nicht einfach, was ich Ihnen zu sagen habe. Meine Frau ist gestorben. Wie schwer soll es noch werden? Deine Frau ist auch tot? Das tut mir leid. Ja. Da möchte ich dir vielleicht direkt was zu sagen. Denn ich habe ja in der letzten Folge, als du mir von diesem Film erzählt hast, sofort von meinem inneren Auge einen Notar gesehen, der von Walter Sittler gespielt wird. Ja. Und als dann ich den echten Notar gesehen habe, da habe ich nämlich kurz überlegt, oh Mann, woher kenne ich diesen Schauspieler? Mir ist es aber nicht eingefallen. Und als ich dann über so Schauspieler, die man so vom Gesicht her kennt und den Namen aber nicht weiß, nachgedacht habe, habe ich dann so während des konzentrierten Anschauens dieses Films parallel noch so über andere Schauspieler nachgedacht und was die wohl so gerade treiben. Ihr kennt vielleicht diese Gedanken, wenn ihr so einen Freitagabendsfilm im Stream nachschaut. Und ich dachte darüber nach, meine Güte, was machen eigentlich diese Stromberg-Schauspieler, der zum Beispiel den Kollegen Tucciolo gespielt hat, den Erzfeind von Stromberg. Was machen die eigentlich gerade? Und dann war es so mystisch, denn nur so zwei, drei Szenen später sitzen die beiden Herren Lauterbach und Ochsenknecht beim Beerdigungsinstitut. Und da saß dann tatsächlich jemand aus dem Stromberg-Ensemble, nämlich Lehnhoff. Lehnhoff. Lehnhoff, genau. Und gegen Mitte des Films hat ein Kollege Tucciolo aus Stromberg auch nochmal einen kleinen Auftritt. Der hat einen Touri gespielt, ne? Er hat einen Touri gespielt auf der Insel Neuhever. Und das fand ich, das war für mich schon mal magisch, dass ich noch bevor das Stromberg-Ensemble in diesen Film reinragt, so ein Cameo-Auftritt hat, dass ich schon darüber nachgedacht habe. Wie fandest du den Film denn insgesamt? Wie hat er dir gefallen? Was denkst du dazu? Ich hatte gleich zu Beginn die Szene, die wir gerade gehört haben, in der, ich habe jetzt leider die Namen der Schauspieler, der Figuren nicht im Kopf, deswegen sage ich jetzt nur Uwe Ochsenknecht und Rainer Lauterbach, die sitzen nun mal beim Notar und erfahren, dass sie halt dieselbe Frau hatten, die nun gestorben ist. Und als Uwe Ochsenknecht in den Clips sagt, deine Frau ist auch gestorben, das tut mir aber leid, da hatte ich kurz Befürchtungen, dass wir hier auf die Abfahrt genommen haben, heitere Verwechslungskomödie im Ersten. Also dass das das Level bliebe des Films. Und zu meiner Überraschung ist es das aber nicht geworden. Also es ist natürlich ein Roadmovie mit Herz, auch mit einem gewissen Humor, auch ein bisschen hintergründiger Humor hier und da. Und zum Ende hin, aber wirklich auch sehr fürs Herz, hatte ich das Gefühl. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt von diesen anderthalb Stunden und habe dennoch zu so zwei, drei, vier, fünf Elementen des Films wirklich auch noch Redebedarf mit dir. Okay, willst du einfach anfangen? Also ich möchte einmal noch ganz kurz sagen, was ich perfekt finde an dem Film. Eine verlorene Qualität, die gibt es nur noch bei solchen Filmen. Einfach ein Film unter 90 Minuten, hervorragend. Und nach fünf Minuten ist das Setting klar und man kann schon das erste Mal abschalten. Überhaupt hat dieser Film jede Menge Passagen drin, wo man abschalten kann. Es wird ständig irgendwie, sie sind ja ziemlich schnell auf dieser Insel, es wird ständig irgendwie so ein Drohnenflug über den Deich gemacht und dazu läuft halt Musik und man kann halt einfach abschalten. So die Handlung findet eigentlich statt in diesen 90 Minuten, also maximal 30 von diesen 90 Minuten. Der Rest ist eigentlich Atmosphäre und Genießen. Das war auch so ein Gefühl von mir, dass ich dachte, es wäre ein sehr, sehr guter Kurzfilm gewesen. Ja, aber es ist eben ein noch besserer 90-Minuten-Film, finde ich, weil man einfach so extrem, man wird eigentlich so ein bisschen hypnotisiert fast. Es läuft ja auch die ganze Zeit Musik. Ich will gar nicht wissen für 90 Minuten, wie viel, wahrscheinlich sind dafür 30 Musikstücke lizenziert worden. Also ich glaube, an diesem Film verdienen Musiker mehr als an einem Jahr Spotify oder so. Also das finde ich auch vorbildlich, muss ich sagen. Ja, ich will jetzt mal kurz, die erste Hälfte des Films beschäftigt sich ja auch ein bisschen mit der Beziehung zwischen Heiner Lauterbach, also dem forschen Staatsanwalt aus München und Uwe Ochsenknecht, diesem, der das Leben liebende Globetrotter aus. Keine Ahnung, wird gar nicht gesagt, aber er spricht auf jeden Fall hessisch. Da sage ich nichts Falsches, oder? Ich glaube, Uwe Ochsenknecht spricht einfach selber hessisch, deswegen auch der Charakter. Ja, ja, genau, das ist authentisch. Und die erste Hälfte beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen den beiden und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich will, das ist jetzt gar keine Kritik, nicht falsch verstehen, das ist kein Argument gegen den Film, aber ich hatte ein wenig das Gefühl, dass diese Entwicklung dieser beiden Figuren auf der Stelle tritt oder würdest du mir diesen Zahn ziehen wollen? Doch, doch, eine ganze Weile ist das so. Erstens wird ganz spät, nähern die sich wirklich an. Ja, ja, genau, und nochmal zur Musik. Der Film beginnt, ja, und das ist so eine künstlerische Entscheidung, die ich also noch nicht so richtig verstanden habe, ich sage mal sehr bold, mit Aufnahmen aus einem Flugzeug, man sieht Wolkendecken und dann sieht man Heiner Lauterbach landen am Hamburger Airport und darunter läuft U2 mit With or Without You, also auch schon ein sehr, sehr durchgedudelter Song, möchte man meinen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, um es sozusagen defensiv zu formulieren, da hätten auch noch andere Songs gepasst am Anfang. Es war so ein bisschen random, dass man gerade den da vorne setzt. Oder wie hast du das empfunden? Ich finde halt, es ist ein Film, der umarmt einen. So, der sagt, hier, das kennst du, hier bist du zu Hause, komm rein. Und deswegen läuft halt With or Without You von U2 und nicht irgendwas anderes. Ich fand das genau richtig. Es wird direkt eigentlich, das ist ja so ein Song, der auch, der eine gewisse Atmosphäre schon versprüht. Ja. Und du weißt ganz genau, hier in diesem Film macht mir nichts Angst, hier wird mich nichts besonders herausfordern. Das stimmt. Das stimmt. Das ist was fürs Herz. Und ich muss auch sagen, was ich beim Film wirklich gut gelungen fand, war, es wird ja, es geht natürlich, es wird viel Kitsch. Es gibt ja auch noch eine zweite Handlung. Die beiden fahren ja auf diese Insel und nehmen auch eine junge Anhalterin, Ella aus Finnland mit, die, wie sich schnell herausstellt, schwanger ist und ihren Partner oder Nichtpartner, also den Vater des werdenden Kindes, verstoßen hat. Aber jetzt will sie wieder zu ihm und der ist eben auf dieser Insel. Also die nehmen sie mit. So, das ist die Zweithandlung und so. Und es ist natürlich oft extrem kitschig. So, also mit dem, mit ihrem Typen ist es natürlich auch nicht so leicht. Da gibt es auch Happy End. Natürlich muss ja so sein. Aber selbst in den schnulzigen Szenen wird es dann immer wieder angenehm schnell durch noch einen Witz aufgebrochen. Auch ganz zum Ende des Films. Das fand ich wirklich gut. Also den Film haben keine Amateure geschrieben, denn es sind auch keine Amateur-Schauspieler am Werk mit Lauterbach und Ochsenknecht. Also das muss ich schon, muss ich schon loben. Da würde ich jetzt gern mal nämlich auch meine Lieblingsstelle des Films abspielen. Das ist die große Versöhnungsszene im Watt. Und wir hören zwischendurch Lauterbach und Ochsenknecht ein bisschen aus mittlerer Distanz das Geschehen kommentieren. Genau, und vorne stehen eben diese Ella und ihr Ole. Ich spiel's mal rein. Ich bin gekommen, weil ich dich liebe. Aber du hast immer nur von deiner Heimat gesprochen, von dem hier. Das kann ich einfach nicht. Soll ich da jetzt mal helfen, oder? Ja, wieso? Dann beschließe ich mir Lebenserfahrung. Wenn ich hierbleiben würde, dann würde ich das immer bereuen, nicht nach New York gegangen zu sein. Und ich würde dir das immer vorwerfen. Und deshalb habe ich gesagt, dass du gehen sollst und dass ich dich nicht brauche. Oh, das zieht sich aber, bis die sich küssen. Bei dir ging das wohl immer schneller. Sorry, für mein Aussehen kann ich nichts. Ja, da hast du ausnahmsweise mein Recht. Na, schau, einfach knaller Gags. Es wäre übrigens, Dax, gerade nicht nötig gewesen, dass du hier noch Gitarre spielst, um diesen Sonnenautomaten. Ich konnte mich nicht beherrschen, sorry. Nee, aber Entschuldigung, da stimmt doch alles. Also, ich stelle einfach fest, ich werde älter. Ich brauche mehr Ruhe in meinem Leben. Und wenn ich da abends hänge und gerade nicht den Bova aufnehme, dann brauche ich jetzt sowas. Ich kann mir nicht mehr irgendwie irgendeine krasse Serie reinziehen oder ich kann mir auch nicht Oppenheimer anschauen. Ich muss einfach was haben, was so ein bisschen mein Gefühlsleben leicht stimuliert und dann aber auch nicht zu sentimental und schlimm ist, sondern wo dann einfach Uwe Ochsenknecht noch einen Gag macht. Es tut mir einfach wahnsinnig gut. Ganz ehrlich, und ich meine das wirklich nicht unironisch, ich habe das genauso empfunden, als es dann auf die Zielgerade dieses Films ging, in genau dieser Szene beispielsweise, aber auch in der Szene, in der Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht über Sophia, über die Frau, mit der sie beide zusammen waren, so ein bisschen ins Erinnern kommen und davon erzählen, wie Uwe sie im Zoo, in dem Bärenkäfig gefunden hat oder getroffen hat zum ersten Mal und beide weinten, weil sie so schöne Bären oder waren es Kängurus noch nie gesehen? Panda-Bären. Panda-Bären. Und ich bin wirklich, ich lüge nicht, das hat mich irgendwie berührt. Da fand ich, da hat der Film dann, ja, genau diesen Effekt, den du sagst, das ist was fürs Herz, das ist genau das Richtige für so einen verschlafenen Freitagabend zu Hause auf der Couch. Ja. Kann ich mir richtig gut vorstellen, wie der mich auch in der linearen Ausstrahlung spätestens an der Stelle gekriegt hätte und zu guter Letzt, ich höre einfach uneimlich gern Uwe Ochsenknecht zu. Ja, ich auch. Das ist wirklich toll. Ich möchte dazu zu dem, was du gerade nochmal sagst, mal Layer 0, Real Talk. Ich finde es wirklich so. Es ist was Schönes, so, und es erinnert mich daran an ein Genre, ich bin ja so Fan von so komischer Lyrik, von so ganz einfachen Gedichten, die wirklich in der Form geschrieben sind, wo sich die Sachen noch reimen, wo so ein Versmaß drin ist, weil es etwas Einfaches ist, was wirklich jeder versteht, wo die Regeln irgendwie klar sind und dadurch kann es einen auch berühren. Und wir sind ja hier in Bova schon manchmal irgendwie, machen wir uns ja auch liebevoll lustig über etwas. Ja. Genau. Und natürlich auch über diesen Film, aber ich fand ihn auch wirklich unironisch irgendwie schön. Es ist auch ganz schön erzählt so und auch ein bisschen, wenn man über die Liebe spricht, dann muss es ja eigentlich ein bisschen dümmlich naiv sein, denn man kann es ja nicht fassen. Und auch diese Szenen, wo diese beiden alten Männer drüber nachdenken, wer war die Frau, die sie beide geliebt haben, die fand ich gar nicht so dumm, fand ich eigentlich echt ganz schön. Fand ich schön gemacht. So, sowas finde ich, sieht man jetzt, wenn man Squid Game guckt, nicht. Ja gut, da würde ich vielleicht auch ein bisschen weiter scrollen bei Netflix, um dir diese Ware zu holen. Ich würde gerne noch mal ein paar Stimmen aus der Community einspielen. Ja, unbedingt. Beziehungsweise vorlesen, denn die haben uns schriftlich erreicht. Und wir haben ja gefragt, wie fandet ihr denn den Film? Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, das Echo ist ein bisschen auch so in unsere Richtung. Onkel Michael beispielsweise hat via Blue Sky geschrieben, den, der von Uwe Ochsenknecht gespielt wird, finde ich ganz nett. Genau, fand ich nämlich auch. Ja, richtig nett. Genau. Michael Höfler hat mit einem etwas, sage ich mal, professionelleren Blick drauf geschaut und schreibt bei Blue Sky, bei so einem locker komponierten Drehbuch kannst du kaum was falsch machen. Unglaublich stark von Ochsenknecht und Lauterbach, dass sie dieses Ding zu Ende spielen. Und das fand ich wirklich einen sehr witzigen Kommentar, weil für mich hat das so eine Metapher aufgemacht, so eine Filmproduktion als Fußballspiel, wo du dann ab der 70. Minute, wenn es 2-1 steht, dass du den Ball nur noch hin und her laufen lässt, damit der Gegner nicht mehr rankommt. Weiß ich nicht, ob das Bild so richtig aufgeht, aber ich fand das auf jeden Fall eine schöne Einschätzung von Michael Höfler. Und Camillo Rota, liebe Grüße an der Stelle, hat via Spotify geschrieben, die Stelle, wo die Krämerin mit ihrer Alexa spricht und die Alexa zu ihr sagt, läuft bei dir. Oder vielleicht bin ich verrückt geworden? Ja, die Szene gab es wirklich und ich fand sie auch echt ganz witzig. Ja, genau. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Meinung geändert, weil ich früher immer sehr, sehr allergisch reagiert habe, wenn Medien und sozusagen TV und all das als Elektronik so unrealistisch dargestellt wird, so wie es im echten Leben nicht ist. Und hier habe ich es aber wirklich auch gefühlt, diesen kleinen Gag, den macht man dann und man biegt so ein bisschen sich zurecht, wie so eine Alexa in Wahrheit wirklich kommunizieren würde, nämlich so nie. Aber für den Gag, ja, finde ich, hat es sich gelohnt. Alles für den Gag. Also ein toller Film. Ich würde abschließend nochmal sagen, wirkliche Guck-Empfehlung, wer es noch nicht gemacht hat, schaut euch an. Ihr letzter Wille kann mich mal in der ARD und ZDF Mediathek. Ein toller Film, der übrigens 2018 und 2019 gedreht wurde, wie ich jetzt also vor Corona. Also er ist nicht mehr ganz frisch, aber er war jetzt eben wieder neu eingestellt und ich finde, man sollte, also man hat noch, glaube ich, bis zum 7.01.2025 Zeit, sich den in die Mediathek anzugucken. Genau, ihr habt noch das ganze Jahr Zeit reinzugucken. Genau, ihr könnt den auch noch öfter gucken. Ich plane ihn zum Beispiel auch an Weihnachten mit der Familie zu gucken, vielleicht auch an Silvester, mal sehen. Wir haben ein Thema so ein bisschen indirekt besprochen, eigentlich gar nicht direkt, denn wir hatten in einer Folge neulich, glaube ich, im 20 Jahre BOVA, das erste Mal Werbeanzeigen in unserem Podcast. Wir hatten aber auch nur einen Auftraggeber, das war Stiftung Elton TV. Da ging es darum, dass Elton seine Sendung zurückbekommt im ProSieben. Aber wir waren nicht die Einzigen, die sich dazu verhalten haben, denn es gibt einen Podcast, der sich jetzt ganz frisch auch mit der Causa Elton auseinandergesetzt hat. Und bevor wir uns das anhören, habe ich aber nochmal eine Beobachtung auch jetzt im Umgang mit diesem Podcast gemacht. Und zwar, ich weiß nicht, manchmal wünscht man sich ja, wenn man so Podcasts hört von so Promis, die dann doch nicht alles erzählen und dann doch irgendwie nicht die ganz krassen Geschichten auspacken oder auch nicht die irreehrliche Meinung sagen, denkt man sich, ach, das wäre ja so toll, wenn irgendwelche Promis mal wirklich so freischnauze, loose cannon style, wirklich keine Gefangenen mehr machen, einfach das sagen, was sie denken. Es gibt diesen Podcast, es gibt ihn mit die Supernasen, Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ich weiß nur nicht, ob A, es irgendwer hört und B, ob das, wenn diese Idee dann wirklich Realität wird, ob das so eine gute Idee ist. Denn ich muss wirklich sagen, ich habe da jetzt in die neue Folge reingehört, weil sie sich zu Elton verhalten haben und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es wahnsinnig ermüdend ist, wenn man mit so einer gewissen Scheiß-Egal-Haltung, wir haben eh alles erreicht, dann über andere Promi-Kollegen auch so ein bisschen herzieht. Wir hören mal rein, was sie zu Elton gesagt haben. Und was natürlich ganz schlimm ist, wenn sie dann anfangen zu recherchieren, was du mit deinen ganzen Fernsehsendungen verdienst. Also plötzlich liest du denn, dass Elton für eine Fernsehsendung 60.000 Euro bekommt. Und wenn du dann sagst, ey, der macht davon ja 30, dann fangen die Leute an zusammenzuzählen und plötzlich sagen die, ey, guck mal, Elton, ich dachte immer, der hat nur ein T-Shirt und eine Jeans. Der scheint ja ganz reich zu sein. Nur wissen wir beide alle schon lange, dass Elton hat, glaube ich, drei Elefanten im Keller alleine, die das Geld runtertreten. Dem geht es richtig gut. Von daher hätte er auf dich hören sollen, er hätte dich anrufen sollen und sagen, Thomas, soll ich mich beschweren? Und dann hättest du gesagt, sei mal ganz still und fütter deinen Elefanten im Keller. Fütter die Elefanten und sei ruhig. Ja, lustig. Lustig. Hat er auch recht, der Mike Krüger und der Tommy auch. Jetzt muss ich aber sagen, auf Gottschalk hören, sei mal ruhig, das wäre glaubhaft gewesen, wenn Thomas Gottschalk bei seinem Abschied von Wetten, dass, als er auf diesem scheiß Bagger rausgefahren wurde, nicht nochmal das große Lamento gesungen hätte, dass er aufhört, weil er nicht mehr alles sagen darf. Ja, ja. Während er alles sagt. Also er selber ist halt auch nicht frei davon und ist wahrscheinlich nur neidisch, dass bei diesem schrecklichen Brand seines Hauses in den USA seine Elefanten nicht rausgekommen sind. Ich wollte gerade sagen, den Spruch hier mit Elefanten, die das Geld nach unten treten, das ist genau der Spruch, den jemand sagen würde, der wirklich Elefanten im Keller hat, die das Geld nach unten treten. Also ich habe das vorher noch nie gehört. Das scheint so ein Promi-Jargon zu sein, tatsächlich. Oh Mann, ja. Was soll man dazu sagen? Showmaster, die viel Geld verdienen. Ich habe mich dazu auch schon ein paar Mal ausgelassen. Ich sage dazu nichts mehr. Ich finde, die Leute, jeder hat so viel Geld, wie er verdient. Gerade im Showbusiness, ich finde das auch okay. Elton soll so viel Geld haben, wie er will. Meiner Meinung nach auch. Alle sollen so viel verdienen, wie sie meinen. Und der Punkt ist aber für mich, dass ich ja eigentlich erst auf diese Aussagen über die Boulevard-Medien aufmerksam geworden ist. Also wer gestern Gottschalk und Elton bei Google News eingegeben hat, der hat ja ganz viele Artikel serviert bekommen, die alle so ein bisschen so taten, als hätte Gottschalk gegen Elton geschossen. Aber, Bova-HörerInnen wissen mehr, wir haben ja gerade reingehört und zu 90 Prozent redet Mike Krüger. Und da haben wir dann uns gedacht, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Medien hier trotzdem Gottschalk in die Headlines nehmen, dass es niemanden interessieren würde, wenn Mike Krüger gegen Elton schließt. So, jetzt waren wir mal die Supernasen. Genau, ich stelle dir vor, selbst wenn irgendwie bei Google News drinsteht, Mike Krüger äußert sich zum Nahostkonflikt. Ich will einfach weiter scrollen. Einfach weiter scrollen. Darf hinter der Paywall bleiben. Entblock ich erst gar nicht, genau. Ja, das soviel zu Gottschalk vs. Elton. Es gibt noch einen kleinen Nachklapp. Wir haben letzte Sendung euch vorgestellt, das musikalische Oeuvre, das musikalische Werk von Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Das hat einige schockiert zurückgelassen. Also, wenn ich da nochmal ein paar Blue Sky Beiträge und Kommentare mir ins Gedächtnis rufe, das war offenbar für einige schwere Kost. Aber so ist es immer mit avantgardistischer Musik. Die kann nicht so fortgefallen. Das braucht Zeit. Und nun ist uns aber heute jedoch nicht auf Blue Sky nochmal zugetragen worden, dass Marco Buschmanns Werk noch viel, viel weiter zurückreicht. Sein Werk, sein musikalisches Werk in Kombination mit seiner Parteiarbeit für die FDP reicht so weit zurück, dass er schon 2002 beim Bundestagswahlkampf für die FDP, wir erinnern uns vielleicht dunkel an das Guido-Mobil und an das Projekt 18, einen Song komponiert hat. Und wie der klingt, da hören wir jetzt zuerst mal rein. Märchenhafte 18 Prozent wollen Sie gemeinsam holen. Also er hat das auch gesungen. Er hat das auch gesungen. Ich habe noch einen ganz, ganz alten Artikel in der Welt gefunden von 2002, also vor 22 Jahren. Ich zitiere mal kurz. Mit 17 hat man noch Träume, zum Beispiel endlich 18 zu werden. Marco Buschmann war in jenem traumhaft jungen Alter, als er der FDP beitrat. Sektion junge Liberale. Heute mit 24 ist er Spitzenkandidat der NRW Julis für die Bundestagswahl am 22. September und hat immer noch einen großen Traum, der um die 18 kreist. Was für ein kompliziertes Intro. Und ich zitiere weiter. Dort wird der Spitzenkandidat, der nach eigenen Angaben schon länger hobbymäßig Musik produziert, das Spitzenlied YMCA von Village People neu aufnehmen lassen, von einem bisher nicht spezifizierbaren Profi. Zitat aus dem Umkreis von Ralf Siegel. Zitat Ende. Mir hat auch noch Nico Venomang geschrieben auf Insta, dass auch Buschmann die Hymne der Julis singt und komponiert hat. Ein fantastisches Musikstück kann man auf Spotify finden. Wow. Also ich weiß nicht ganz genau, wie sie heißt, aber vielleicht. Ja, die Juli-Hymne von Dr. Marco Buschmann. Gebt einfach allen die Juli-Hymne und zieht es euch rein. Also das können wir hier nicht mehr abspielen. Das wird einfach irgendwie, ist zu krass. Ja, wir wollen euch nicht verschrecken. Ihr sollt auch immer noch smooth in diesen Donnerstag starten. Und ja, vielen Dank für die Hinweise auf die weiteren musikalischen Stücke und Arbeiten von Buschmann. Ich vermute, dass er irgendwann in ein paar Jahrzehnten nicht mehr als Justizminister, sondern dann eben nur als Elektronikproduzent in Erinnerung bleiben wird. Das glaube ich auch. Ich möchte insgesamt nochmal Danke sagen an die Community. Ihr habt es gemerkt, heute wahnsinnig viel Beiträge und Input in diese Sendung. Ja, voll gut. Schreibt uns alles, was ihr wisst. Schreibt uns auch weiter Lokalmeldungen an gumu-at-boniger-wachmacher.de. Wir freuen uns wirklich drüber und empfehlt uns unbedingt gerne weiter. Der BOVA ist ein Projekt, was wirklich jeden Tag bei uns massiv Joy sparkt. Joy sparkt? Joy sparker. Also wer heute diese Folge ganz gehört hat, wo wir 20 Minuten über den Film Ihr letzter Wille kann mich mal gesprochen haben, der ist wirklich drin im BOVA, der kommt auch nie wieder raus. Okay Leute, macht's gut, schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag. Bis Montag, tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.